In diesem Video geht es wieder um Must-Have-Brettspiele. Hallo, hier sind die Hau, sie ist Tanja, Thorsten und Familie Enterich. Und ja, wie jeden Monat haben wir auch in diesem Monat wieder gefragt, was ist euer Must-Have-Brettspiel? Ja, wir haben immer sehr viele interessante Beiträge gekriegt in den letzten Monaten und auch heute haben wir wieder interessante Beiträge dabei. Ich bin schon ganz gespannt, das ist doch ein lustiges Ding. Ja, aber bevor wir loslegen, heute mal ganz untypisch, wir fangen direkt mal mit unserem Must-Have an. Und zwar haben wir da in diesem großen, großen Schrank hinter uns gegriffen und haben hier Patchwork rausgeholt. Ein reines Zwei-Personen-Spiel von Lookout Games, eigentlich glaube ich schon ein regelrechter Klassiker. Ist ein Klassiker, aber es hat erst sehr spät zu uns gefunden, ich weiß gar nicht warum. Warum? Warum? Gute Frage. Gute Frage, wissen wir auch nicht. Aber wir sind jetzt froh, dass es da ist und ja, es ist ein entspanntes Zwei-Personen-Spiel. Wir haben sehr viel Spaß damit, wenn wir spielen und die eine oder andere Partie habe ich auch schon gewonnen. Ja, es kombiniert ja so ein schönes Puzzle-Mechanismus, wie man den ja auch schon in anderen Spielen halt kennt, mit süßen kleinen Knöpfen, die man halt haben muss, um damit die Teile teilweise zu bezahlen, die wir sticken wollen. Aber zum Schluss sind das ja auch unsere Siebpunkte. Ja, also es macht auf jeden Fall Spaß und wenn ihr es noch nicht in eurem Regal habt, dann schaut es euch auf jeden Fall an. Es gibt verschiedene Variationen mittlerweile auch davon, also verschiedene Ausgaben. Ich glaube sogar auch eine Hello-Edition. Genau, die gibt es auch. Die soll auch sehr, sehr schick sein. Haben wir schon ein paar Fotos von gesehen. Die haben Augen statt Knöpfe. Genau. Ja, das ist also unsere Empfehlung. Und jetzt schalten wir direkt weiter und schauen uns mal die anderen Vorschläge an. Jetzt kommen erst mal acht Vorschläge, wo wir schon spoilern können. Die sind leider noch nicht bei uns im Regal. Genau. Und die haben wir, ich glaube, die haben wir jetzt noch gar nicht gespielt. Ja, doch. Oder haben wir das schon mal gespielt? Das eine oder andere könnte man bestimmt schon mal gespielt haben. Natürlich. Haben wir vielleicht das eine oder andere Wahl. Aber es ist auf jeden Fall nicht über uns im Regal. Freunde, wir stecken in der Glamour doch zum Glück ins Brettspiel. Herzlich Willkommen. Hallo Maria. Hi Markus. Es ist wieder so weit, wir wollen euch ein Must-Have vorstellen. Und heute haben wir uns ein kooperatives Spiel ausgesucht, weil auch das sollte in einer Sammlung dabei sein, oder? Ja, sicher, sicher. Pandemie ist ein ganz typischer Klassiker, würde man schon sagen. Aber was machen wir da? Wir spielen kooperativ, wie der Markus schon gesagt hat. Man hat Spezialisten, die verschiedene Fähigkeiten haben, die man dann ausspielen, also diese Fähigkeiten soll man auch benutzen, um gegen die Seuche, also verschiedene Seuchen zu gewinnen. Das macht Spaß. Genau, im Prinzip ist es eine Set-Collection, man sammelt bestimmte Karten, um dann da für ein Vazin für die einzelnen Krankheiten zu entwickeln. Also top aktuelles Thema eigentlich. Und das Schöne ist, jeder hat zu seinen eigenen Fähigkeiten, jeder muss zusammenarbeiten, man muss auch ein bisschen nachdenken, wann kann es zu einer Pandemie kommen, man muss das in Schach halten, sonst gibt es Kettenreaktionen, die wirklich uncool sind. Wenn er dann Spaß empfindet, dann gibt es dann ungefähr noch drei Milliarden weitere Versionen, und ich meine das jetzt nicht negativ, sondern positiv. Es gibt eine Cthulhu-Version, eine Würfel-Version, eine spanische Grippe-Version, es gibt keine Ahnung was, auch immer Hochwasser-Version. Es gibt Legacy-Versionen, und Legacy 1 und 2, das waren mit die besten Spielerfahrungen, die ich mit diesem Hobby haben konnte. Wirklich toll, ich erinnere mich da heute noch sehr, 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 sehr gerne dran zurück. Deswegen behaupte ich, ist das durchaus etwas für eure Regale zu Hause, auch weil es ein kooperatives Spiel ist, was man durchaus gewinnen kann. Das ist ja nicht bei jedem so, oder? Nein, leider. Es ist irgendwie ein Hype mittlerweile, dass die kooperatives Spiele so schwer sein müssen, dass man eigentlich nie gewinnt, und ich habe daran keinen Spaß. Und dann frustet es, und dann will man es gar nicht mehr spielen. Ich will auch einmal Erfolgserlebnisse haben. Und damit kann man es machen. Ein bisschen aufpassen muss man auf Alpha Gamer, aber das muss man immer, und das soll jetzt kein Nachteil sein. Also, für uns, obwohl schon ein altes Spiel, aber ein verdienter Klassiker, Pandemie, kauft euch das. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Gatto! Hallo zusammen, hier ist der Brettspiel-Snob und mein Spiel des Monats in der Kategorie Must-Have, falls ihr auf Science-Fiction-Spiele steht, logischerweise, ist das wunderbare Roll for the Galaxy. Das ist der Würfelbruder des fantastischen Race for the Galaxy, das mal ein eigenes Thema wert wäre. Aber dazu an anderer Stelle mehr, in Roll for the Galaxy haben wir ein galaktisches Imperium, das wir durch verschiedene Ressourcen, in diesem Fall Würfel mit verschiedenen Seiten, nach vorne bringen, ausbauen, erweitern, Siegpunkte generieren, wie ihr es nennen wollt. Und das Ganze passiert praktisch durch einen Auswahlmechanismus, wo jeder Spieler, jede Spielerin praktisch Würfel zuweist einer bestimmten Phase, zum Beispiel Planeten besiedeln, Entwicklungen vorantreiben oder halt Waren produzieren und diese verladen und verschiffen. Und das Ganze passiert halt dadurch, dass manche Phasen gar nicht stattfinden in der Runde, weil jeder macht das hinter seinem Sichtschirm heimlich. Und es wird aufgedeckt und man antizipiert praktisch, was die Mitspieler so tun, ob es zu einer Verladephase überhaupt kommt in dieser Runde und plant dementsprechend seine Würfel um. Und so hat man das Gefühl, dass man auch beim Ziehen aus dem Beutel, das ist der einzige Glücksfaktor im Prinzip im Spiel, auch wenn Würfel dabei sind. Diese Würfel kann man nämlich ständig beeinflussen, drehen und anpassen, sodass es praktisch nicht das Argument hat, oh, ist ein Würfelspiel, sondern klar, das, was man hier aus dem Beutel zieht, das ist der einzige Überraschungsmoment. Auch da hat man die Wahl aus zwei Seiten. Da kann man praktisch sein galaktisches Imperium aufbauen und immer weiter Fähigkeiten und Würfel verschiedener Farben mit verschiedenen Schwerpunkten hinzubekommen, sodass ich letztendlich zwölf Karten vor mir liegen habe und wenn das erreicht ist, endet das Spiel und die Siegpunkte werden gesammelt. Und man hat jede Runde viele, viele wertvolle Entscheidungen zu treffen. Produziere ich Güter? Sind die was wert? Verkaufe ich diese Güter für Geld? Damit ich mir mehr Würfel kaufen kann in meinen Eimer rein? Oder nehme ich diese Güter lieber und wandle sie in Siegpunkte um, sodass ich praktisch, wenn ich das Spiel schon nicht beende, dann die Person bin, die die meisten Siegpunkte hat und so weiter und so fort. Und das alles ist beherrschbar kompliziert, sag ich mal. Für Leute, die das Kartenspiel kennen, finden sich da gleich wieder. Aber diese Würfelversion ist viel zugänglicher, finde ich. Ist farbenfroher, bunter und hat auch durch diesen haptischen Würfeleimer viel, viel Freude praktisch. Und ich hole es immer wieder gern aus dem Regal und kann das jedem empfehlen, der irgendwie auf galaktische Imperium-Settings steht und nicht immer Bock hat, mit Raumschiffen rumzufliegen und andere zu vernichten oder so, sondern hier planerisch tätig zu werden. Auf jeden Fall ein Tipp von mir. Bis zum nächsten Monat, bis bald. Tschüss, euer Brettspiel-Snob. Hey, ich bin Basti von Siegpunkt und heute direkt im ersten Take. Das Must-Have-Brettspiel ist bei mir ein waschechter Dungeon-Crawler. Aber für Kinder, Karak, wir puzzeln alle gemeinsam an einem großen Labyrinth. Dort entstehen immer mal wieder Räume. In diesen Räumen werden dann Monster aufgedeckt, gegen die kämpfen wir und wenn wir die besiegen, kriegen wir Schwerter, Zaubersprüche etc. Dazu leveln so unseren Charakter, um immer höherwertigere Monster zu bekämpfen und sammeln aber auch Schlüssel. Mit dem Schlüssel können wir Schatztruhen öffnen und dann Schätze haben. Wer am Ende die meisten Schätze hat, gewinnt. Und das Ende ist relativ einfach. Wir müssen einfach den Endboss besiegen. Dafür müssen wir ordentlich hochgelevelt sein. Und dann ist das Spiel zu Ende. Was macht so ein Must-Have-Brettspiel? Es ist halt wirklich das Thema Dungeon-Crawler familientauglich runtergebrochen mit einfachen Regeln, schönem Artwork. Und es können halt Kinder zocken. Mein Großer ist elf und spielt immer noch gern Karak. Mein Kleiner ist sieben, fängt gerade an. Ich sitze am Tisch und freue mich, weil es eben eins von den Spielen ist, wo man als Erwachsener auch gefordert ist, sich nicht langweilt. Und es ist auch eins von den Spielen, die ich anderen Familien schon zu Weihnachten geschenkt oder empfohlen habe. Also deswegen auch unbedingt mal auschecken. Für mich ein absolutes Must-Have-Karak, was ich vielleicht auch mal mit meinen Enkeln spielen darf. Deswegen zieht es nie aus. Und ich freue mich mal, was die anderen für Must-Have-Brettspiele gefunden haben. Und freue mich auf nächsten Monat. Dann tschüss! Hallo ihr Lieben! Ihr habt wieder gefragt, was ist deine Empfehlung? Was gehört in jede Spiele-Sammlung? Und diesmal habe ich ein kleines Spiel mitgebracht, was es in unzähligen Ausgaben mittlerweile gibt, zu ganz vielen unterschiedlichen Themen. Was auf der einen Seite ein Partyspiel ist, weil es für bis zu acht Spielende geht, aber auch so ein bisschen Quizspiel, weil man weiß entweder einiges oder lernt zumindest sehr viel dazu. Die Rede ist von Anno Domini hier in der Wissenschaft- und Forschungsausgabe. Gibt es aber auch zu Sport, zu Erfindungen, zu Flops, zu Filmen, zu Fußball, zu Sex and Crime, Gesundheit, Spiel des Jahres und, und, und. Und dieses Spiel funktioniert ganz einfach. Ihr habt Karten auf eurer Hand, da steht ein Ereignis drauf oder eine Person und das müsst ihr in einen Zeitstrahl einordnen. Der erste, der irgendwann mal zweifelt, dann wird das Ganze aufgedeckt. Auf der Rückseite stehen die passenden Jahreszahlen und, ja, dann gibt es Strafpunkte. Entweder, wenn man zu Unrecht verdächtigt hat, dass was falsch ist, oder wenn man eben sein Ereignis falsch einsortiert hat. Ganz einfach, ganz einfaches Spielprinzip, aber wirklich, wir hatten da schon viele, viele Stunden Spaß damit, eben weil es auch so viele unterschiedliche Themen gibt. Auch kann man die Themen natürlich mischen, man kann sich eigene Sachen noch erfinden. Also für mich, wer auf solche Spiele steht und das gerne mal ausprobieren mag, für mich, Anno Domini, ein Must-Have. Hi! Hi! Wir sind die Brettspielgare. Vielen Dank, liebe Hauses, dass wir hier wieder dabei sein dürfen. Und wir haben natürlich auch ein Spiel für euch. Und zwar ist das ein Deluktionsspiel, das mit Karten gesteuert wird. Not Alone. Ja, wie ihr hier seht, befinden wir uns gerade auf dem Planeten Artemia. Wir sind nämlich mit unserem Raumschiff abgestürzt. Ja, und versuchen zu überleben, so lange, bis Hilfe kommt. Ja, das Fiesere im Spiel ist, es gibt ein Wesen auf dem Planeten, das die Überlebenden jagt. Ja, und wenn es ihr erwischt, ist das nicht so gut, weil dann haben wir nämlich irgendwann die Überlebenden verloren. Einer von uns spielt das Wesen und die anderen die Überlebenden. Wir haben hier dieses Tableau und die Überlebenden müssen hier diesen Siegpunktmarker erreichen und haben sie gewonnen. Wenn das Wesen vor ihnen den Siegpunktmarker erreicht, hat das Wesen gewonnen. In der Mitte liegen dann Ortskarten aus und diese Ortskarten haben die Überlebenden noch alle auf der Hand. Pro Runde legen dann die Überlebenden je eine von ihren Karten, also eine Ortskarte, verdeckt vor sich hin. Und das Wesen hat so Marker und diese Marker setzt das Wesen auch auf die Ortskarten, die eben in der Mitte des Tisches liegen. Und wenn dann quasi das Wesen einen Ort quasi genommen hat, den auch ein Überlebender gelegt hat, dann hat das Wesen leider diesen Überlebenden erwischt. Das Spiel ist auf jeden Fall wirklich sehr cool und man kann da wirklich sehr gut bluffen und so weiter, weil man muss ja diskutieren als Überlebende, wo man hingeht und so weiter. Und der Spieler, der das Wesen verkörpert, der sitzt ja auch mit am Tisch und kann das alles hören. Also es ist auch wirklich schön gemacht und ich finde auch gerade dieses Feeling so Alien und Gestrandete kommt sehr gut rüber. Für dieses Spiel gibt es auch schon mehrere Erweiterungen. Wir haben zum Beispiel diese hier, da gibt es neue Ortskarten, neue Spielmechaniken. Ja, das Spiel können wir auf jeden Fall empfehlen, für uns ein Must-Have. Jetzt freuen wir uns auf die anderen Beiträge, alle vier Brettspiele. Ein Brettspiel für alle. Tschüss. Ciao. Hi, ich bin Christoph von der Brettspielbox und mein Must-Have in diesem Monat ist Cascadia von AEG. Ein wunderbares Familienkennerspiel, wo man es genau einsortiert, ist mir noch nicht hundertprozentig klar. Einfache Regeln, tolles Material, tolle Holzchips, dazu eine hohe Varianz in dem Spiel über Karten. Jedes Spiel spielt sich irgendwo anders. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Gibt es im Moment auf dem deutschen Markt noch nicht. Aber die gute Nachricht ist, ab Januar soll es bei Cosmos erscheinen. Die haben dann die deutsche Lokalisation. Das heißt, ihr könnt euch darauf freuen, auf Cascadia, wunderbares, tolles Spiel. Hallo, liebe Brettspielfreunde. Kommen wir zu meinem nächsten Must-Have. Mein nächstes Must-Have ist Eine Wundervolle Welt. Ich persönlich finde Eine Wundervolle Welt einen Tick besser als Seven Wonders. Mir liegt das vielleicht einfach auch am Thema. Beziehungsweise, was ich halt gut finde, ist, dass ich das Spiel halt wirklich in jeder Spieler-Konstellation spielen kann. Also ich kann es alleine spielen. Es gibt zum Beispiel auch eine schöne Erweiterung, die Kampagne hat. Und die habe ich komplett alleine durchgespielt in zwei Tagen. Und man kann es auch gut zu zweit, zu dritt spielen oder eben auch nachher zu fünft oder zu sechst. Während Seven Wonders für mich erst ab vier Spielern so richtig anfängt, wirklich gut zu werden. Ja, man hat halt hier im Gegensatz zu Seven Wonders überhaupt keine Interaktivität. Das heißt, jeder spielt halt so ein bisschen vor sich her und macht seine Welt, ohne dass die anderen wirklich eingreifen können. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied dann eben auch zu Seven Wonders. Und die Verteilung der Ressourcen ist hier auch anders. Das heißt, ich drafte ja meine Karten, wie bei Seven Wonders auch, und kann dann eben entscheiden, was ich mit meinen Karten mache. Ob ich sie recycle, um eben Ressourcen zu bekommen oder ob ich sie bauen möchte. Und dann werden die Ressourcen eine nach dem anderen abgehandelt. Und wenn ich auch die Mehrheit bei einer Ressource habe, bekomme ich dann auch nochmal Chips. Entweder ich bekomme einen industriellen oder ich bekomme einen Chip von einer Militärchip. Und das bringt mir natürlich nachher je nach Karten dann auch nochmal Punkte. Und dadurch, dass die Ressourcen nacheinander abgehandelt werden, kann ich eben Karten spielen, die wir dann in dieser Runde gleich auch noch Ressourcen bringen. Wie gesagt, ich bringe es sehr, sehr oft auf den Tisch und es ist auch schnell erklärt. Und ich mag es auch total und kann definitiv eine wundervolle Welt wirklich empfehlen. Macht's gut. Bye. Ja, hallo, hier ist der Olli. Heute mal wieder mit einem Beitrag zu welches Brettspiel gehört in jede Brettspielsammlung. Und für mich ist das Stone Age. Erschienen bei Hans im Glück 2013, ein Spiel von Herrn Brunhofer. Es ist ein recht einfaches Worker-Placement-Spiel mit einem kleinen Twist, dass ich nämlich Arbeiter einsetze, um Ressourcen zu bekommen. Also thematisch manage ich einen Steinzeitstamm, versuche Zivilisationskarten und Gebäude zu bekommen, die mir Siegpunkte geben. Wer am Ende die meisten Siegpunkte hat, hat gewonnen. So weit, so einfach. Dazu setze ich Arbeiter ein auf verschiedenen Feldern. Die Arbeiter bringen mir teilweise sofort Defekte, aber bei den Ressourcen ist es so, dass ich halt würfeln muss. Das heißt, ich habe durch die Würfel ein Zufallselement mit drin. Ich weiß, das gefällt nicht jedem bei Worker-Placement-Spielen. Ich finde das allerdings ziemlich cool hier, weil ich zum einen mit Bergzeugen das ein bisschen manipulieren kann. Ich habe halt immer die Entscheidung, wie viele Arbeiter setze ich ein. Je mehr ich einsetze, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr Ressourcen bekomme. Das heißt, ich habe ein kleines taktisches Zufallselement mit drin, was ich durchaus mag bei diesem Spiel. Es hat eine tolle Ausstattung, es ist sprachneutral, sie ist sehr schön illustriert, es gibt Pappe, es gibt Holz, alles sehr schönes Material. Es hat eine Spielzeit von 60 bis 90 Minuten, ist nicht so wahnsinnig komplex und macht auch nach fast zehn Jahren immer noch wahnsinnig viel Spaß. Also ich finde es klasse und so für die Einsteiger-Worker-Placement-Spiele, meine Empfehlung, was gehört in jeder Wortspielersammlung auf jeden Fall Stone Age. Ja, das waren jetzt die acht Titel, von denen wir gerade gesprochen haben. Also, Cascadia haben wir auch schon mal angespielt, die englische Version. Ja, wir hatten ja ein Spielwochen-Detail gehabt, dazu im nächsten Video vielleicht mehr. Genau. Und da konnten wir das Spiel tatsächlich dann auch einmal schon mal spielen und hat mir eigentlich Spaß gemacht. Ja, hat mir auch Spaß gemacht, aber wir haben es erst einmal gespielt bislang. Wie in Stone Age haben wir leider auch nicht bei uns in unserer Sammlung. Aber bisher hatten wir viel Gutes davon. Man hat nur Gutes davon gehört und ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was wir uns mal irgendwann mal, wenn wir Zeit finden, uns mal genauer anschauen sollten. Würde mich auf jeden Fall noch mal interessieren. Ja. Jetzt schauen wir aber weiter in die anderen Beiträge und ja, da haben wir das eine oder andere. Nein, wir haben alle drei. Ja, die haben wir sogar alle, ja. Da kann man auch eine Pelligkeit dazu sagen. Genau. Wir sagen danach auch noch mal was dazu. Hallo zusammen. Hallo liebe Hausis. Wir sind die Dice Brothers, der Jogi und... Und ihr habt diesen Monat wieder gefragt, welches Spiel darf in keiner Spiele-Sammlung fehlen? Und es ist natürlich... Die Legenden von Andor aus dem Kosmos-Vertrag... äh Verlag... Vertrag. Ja, genau. Also, den Art Vertrag haben die auch mit Andor, glaube ich. Ja. Ja, richtig. Was ist das? Ja, ein spannendes Spiel für die ganze Familie, würde ich sagen, wo ich eine sehr schöne Fantasy-Geschichte erlebe. Mich halt in vorgefertigten Erzählungen, in Abenteuerstürze und Monsterbesiege, Brückenbaue, etc. Brückenbaue als Mögliche. Und das ist ja nicht nur das Grundspiel. Da gibt es ja, was weiß ich, zwei große Erweiterungen, 25 kleine Erweiterungen und in der Welt von Andor kann man eine ganze Menge erleben. Aber das Grundspiel bleibt einfach für kleines Geld, kriegt man einfach ein riesen Abenteuerpaket geschnürt hier von Kosmos. Genau. Und das macht immer wieder Spaß. Wir haben jetzt auch wieder die Überlegung, ob wir einfach ein Replay von Andor machen und einfach eine gesamte Kampagne einfach nochmal zocken wollen. Wichtig zu erwähnen, für zwei bis vier Spieler mit den Erweiterungen auch bis zu sechs spielbar. Ich würde aber tatsächlich sagen, der Sweet Spot ist wirklich vier Spieler. Bei vier Spielern macht es am meisten Spaß. Und man könnte das nämlich nicht nochmal spielen, wenn es irgendwie ausgezogen wäre. Deshalb unsere Empfehlung für jede Brettspielsammlung. Die Legenden von Andor, Michael Menzel, erschienen im Kosmos Verlag. Tolles Spiel, tolle Abenteuer. Unsere Empfehlung. Jupp. Alles klar. Das war es schon. Das war es schon. Dann bedanken wir uns und wünschen viel Spaß beim Zocken. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und sagen, haut rein. Ciao. Hau rein. Ciao. Hi, ich bin Tim. Ich bin der Freund der Würfel. Und in diesem Monat mache ich mir etwas Unübliches. Denn ich stelle euch ein Spiel vor oder empfehle euch ein Spiel, das bereits vorgestellt wurde. Nämlich Silver and Gold von Phil Walker-Harding vom Nürnberger Spielkartenverlag. Und das Besondere an diesem Spiel ist, ich habe es jetzt knapp anderthalb Monate und habe es in dieser Zeit wirklich rauf und runter gespielt. Das heißt, es ist für mich wirklich ein Spiel, was sehr schnell zu meinen Top-Spielen dazugekommen ist. Deshalb glaube ich, auch wenn es schon empfohlen wurde, kann es nicht schaden, es euch auch nochmal zu empfehlen. Das Spielprinzip ist super leicht erklärt. Ihr deckt Karten auf. Also es ist ein Flip-and-Ride-Spiel. Das sind solche Tetris-Formen. Und die müsst ihr genauso, wie sie sind, auf eure Inseln eintragen. Ihr habt immer zwei Inseln vor euch liegen. Die sehen beispielsweise so aus. Und da muss die jeweils aufgeflippte Form genau eins zu eins eingetragen werden. Auf welche Insel ihr das macht, könnt ihr euch selbst aussuchen. Und auch wenn das erstmal relativ simpel klingt, gibt es noch ein paar Mechanismen, die ganz interessant sind. So habt ihr hier zum Beispiel Bonus-Kreuze. Das heißt, wenn ihr ein Kreuz ankreuzt, dürft ihr nochmal irgendwo auf einer der beiden Inseln ein weiteres Kreuz setzen. Außerdem seht ihr hier oben eine grüne Eins. Das heißt, wenn ihr diese Karte fertig ausgefüllt habt, bekommt ihr für jede grüne Inselkarte, die ebenfalls in eurem Punktestapel ist, die auch fertig eingetragen oder ausgefüllt ist, nochmal einen Bonus-Punkt. Bei anderen Inselkarten, zum Beispiel hier sehen wir das, könnt ihr auch nochmal Münzen sammeln oder auch mit den Palmen Punkte kriegen. Es liegen immer vier Karten aus an Inseln, die ihr euch nehmen dürft, wenn ihr mit einer eurer Inselkarten fertig seid. Und beispielsweise bei der Palme ist es so, für jede Palme, die in diesen vier aufgedeckten Karten liegt, bekommt ihr noch einen weiteren Punkt. Also diese Karte zählt auch nochmal mit. Genau, das ist so das Schöne bei diesem Spiel. Es ist super schnell erklärt. Man kommt direkt rein und es macht trotzdem super viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Hallo sehr. Ja, die Housies haben mal wieder gefragt, welches Spiel sollte unbedingt in einer Sammlung sein. Und ich habe jetzt ein Spiel, was ziemlich neu bei mir angekommen ist und was wahrscheinlich auch manche sagen, wenn du willst, das ist ein Spiel vom NSV. Ich habe es in den letzten Wochen sehr viel gespielt, den verschiedensten Konstellationen. Und es geht hier um Snow here. Was finde ich an dem Spiel so interessant? Interessant ist nämlich das richtige Wort. Es ist super simpel. Wir packen das Spiel aus, wir legen es auf den Tisch. Es hat auf der einen Seite Feuerkarten, auf der anderen Seite Schnee. Und wir legen so einen Feuerteppich aus. Wichtig ist nur, dass die Karten sich irgendwie alle miteinander berühren müssen. Es liegt keine extra. Und dann dürfen wir nur Karten aufnehmen, die auch wirklich frei liegen. Also wo keine andere drüber liegt, nehmen sie. Und dann müssen wir sie umdrehen und damit eine Schneedecke bilden. Und das ist grundsätzlich das Konzept. Unser Ziel ist es halt, alle Feuerkarten am Ende mit Schnee zu überdecken. Klingt einfacher, als es am Ende ist. Und es ist eine ganz coole Erfahrung. Und mir macht es richtig Spaß. Ich habe das halt auch in der Schule jetzt schon ein paar Mal spielen lassen. Dort zu gucken, wie die Schüler damit umgehen. Also wie Gruppen darauf reagieren, jetzt hier eine Lösung zu finden. Das ist ein Spiel, anders als bei vielen anderen kooperativen Spielen. Wo man frei kommunizieren kann. Wo man frei miteinander reden darf. Und diese Diskussion finde ich total interessant. Und deshalb ist es für mich so ein Spiel, wo ich sage, das ist eigentlich ganz witzig, sowas in der Sammlung zu haben. Kostet ja auch nicht die Welt. Und einfach mal zu gucken, wie andere Gruppen versuchen das zu lösen. Auch wie man es selber löst. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, wenn man es einmal geschafft hat, dass man dann den Reiz verliert. Das ist aber eigentlich nicht so. Wir haben acht Partien benötigt, bis wir es dann wirklich mal komplett geschafft haben. Und nach wie vor kommt es gerne mal auf den Tisch. Weil es auch so schnell gespielt ist. Man muss nichts mischen, man muss nichts vorbereiten. Einfach Karten auf den Tisch. Man kann die Schwierigkeit dadurch definieren, wie groß man das Feld macht. Wie eng die Karten aufeinander liegen etc. Ja, ein ganz charmantes Ding. Würde ich jedem mal empfehlen, das auszuprobieren. Wurde so ein bisschen gesagt, das könnte was Kontroverses sein, wie sie meint. Ganz so extrem sehe ich es nicht. Das ist so kritisch von Leuten betrachtet werden kann. Aber es hat sicherlich seine Besonderheit. Und deshalb ist es ein Tipp von mir. Ein Spiel, das ihr in eurer Sammlung haben solltet. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir auch das eine oder andere von den drei Spielen. Nein, wir haben alle drei Spiele. Das Nowhere haben wir erst einmal gespielt. Bisher haben wir das einmal gespielt, auch im Spielabend zu dritt, richtig. Finde ich ein interessantes Konzept tatsächlich. Ja. Wie du ja schon gesagt hast. Genau. Also Matthias, wir werden es auf jeden Fall auch noch mal öfters ausprobieren und schauen, ob du recht hast, ob das wirklich ein Must-Have ist. Tim, was wir auf jeden Fall, auf jeden Fall wir jahren können, haben wir auch, glaube ich, schon mal gesagt. Wir haben es auch schon mal benannt. Wir haben es auch schon benannt. Also Silber und Gold, definitiv ein Spiel, das auch bei uns im Regal ist und auch bleiben wird. Und wir spielen es immer wieder gerne mit Spielern oder mit Nicht-Spielern. Oder auch zu zweit. Also irgendwann, wenn die Sonne scheint, wieder rauskommt, dann geht das bestimmt auch wieder mit. Ja, auf jeden Fall bleibt es auch bei uns. Und ja, dann natürlich Dan und Jogi, ihr habt beide auch recht. Andor ist auf jeden Fall ein Spiel, was auch in die Sammlung gehört. Ich mag Fantasy, ich mag ja diese leichten Rollenspielansätze und deswegen mag ich auch Andor. Kommt bei uns leider nicht zeitlich bedingt nicht ganz auf den Tisch, muss aber unbedingt mal wieder auf den Tisch kommen. Muss auf jeden Fall auf den Tisch kommen, weil wir haben schon die Erweiterung hier steht. Die wartet schon da drauf. Genau. Ich möchte in den hohen Norden segeln. Das Schiff da ist dabei und es lässt sich sogar aufrüsten. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, ansonsten haben wir schon öfters gespielt, ist aber nicht thematisch natürlich nicht das gleiche, wie jetzt die Andor ist in der Andor-Welt. Aber es ist nicht das gleiche Spielsystem, Spielprinzip. Die Mechanik ist ganz anders. Aber man kommt so ein bisschen in die Atmosphäre. Naja, es geht halt gezielt um die Riedburg aus dem Andor-Universum und da haben wir auch die gleichen Kreaturen da drin. Das heißt, Fans von Andor können da vielleicht auch mal durchaus, wenn sie eine kleine Abwechslung haben, ein Auge drauf werfen vielleicht. Ja, auf jeden Fall, um einfach mal so vielleicht ein kleines Spielchen zu machen, weil das natürlich, die großen Andors, die sind natürlich von der Spielzeit ein bisschen länger als hier diese kleine Riedburg. Das waren jetzt die Must-Have für diesen Monat und wir freuen uns auch wieder, dass so viele mitgemacht haben. Und wir werden natürlich wieder im nächsten Monat wieder ausrufen zum Must-Have-Brettspiel. Und ein Sendeschluss ist bei uns immer am 10. eines Monats. Manchmal verlängere ich jetzt auch um ein oder zwei Tage. Es kommt immer darauf an, wie es zeitlich passt. Und ja, wenn du mitmachen willst... Völlig egal, ob YouTuber, Instagram, Blogger, Podcaster, macht euch bei uns bemerkbar. Genau. Ihr könnt uns überall kontaktieren. Also wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook auch, bei Twitter. Habe ich irgendwas vergessen? Ah, wir sind überall. Oder ihr könnt uns auch einfach unter das Video schreiben, wenn ihr Interesse habt. Oder uns einfach eine E-Mail schicken. Dann können wir mal miteinander sprechen bzw. schreiben. Und wir erzählen euch dann, was denn ihr alles für Voraussetzungen haben müsst. Also es ist nicht viel. Aber so ein paar Regeln gibt es natürlich. Und ihr müsst auch kein Content-Creator sein. Ihr dürft auch einfach nur Zuschauer sein, der eine Liebe zum Brettspiel hat. Genau. Ein Handy hat doch jeder. Und ja, nehmt euch den kleinen Clip auf. Und die meisten Handys haben heutzutage auch schon eine gute Tonqualität. Wenn ihr aufnehmt und die Tonqualität ist nicht ganz so gut, und ein kleiner Tipp, ja, nehmt doch auf, indem ihr irgendwie eure Kissen rechts und links neben euch legt, unter euch legt, damit es nicht so heilt. Dann habt ihr auch ein kleines bisschen besser den Ton. Und ja, das ist doch mal so am Rande gesagt. Also traut euch. Genau. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Danke auch fürs Zuschauen. Die Hausis Tanja. Thorsten. Und Familie Enterich. Tschüss. Tschüss. Und jetzt noch nicht abschalten. Hier haben wir noch mal ein paar Videos verlinkt. Guckt doch mal rein, wenn ihr die noch nicht geschaut habt. Tschüss. Jetzt aber. Tschüss. Tschüss.